Tor. Dortmund geht durch Sahin 1, 0 in Führung. Batra kann relativ unbedrängt aus 18 Metern abziehen, sein Pass rechts vom Strafraum wird aber eher zum harten Pass. In der Mitte ist Sahin mit einer Fußspitze vor Hasebe am Ball und schiebt ihn an Radecki vorbei ins Netz. Bemerkissen wert, nach seinem Treffer läuft er direkt auf Keeper Bürki zu. Nuri Kacim Sahin, schreibweise auch Nuri Kacim Sahin, Stern 5. September 1988 in Lüdenscheid, Deutschland, ist ein türkisch-deutscher Zwei-Fußballspieler. Er steht bei Borussia Dortmund unter Vertrag und spielt, mit Unterbrechungen, seit 2005 für die erste Mannschaft seines Jugendvereins. In seiner Debütsaison stellte Sahin für Dortmund und die Türkei als 17-Jähriger mehrere Altersrekorde auf und galt als eines der vielversprechendsten Talente Europas.